Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. So. Was kann ich jetzt machen? Kann ich nirgendwo etwas machen? Kann ich hier außen lang? Toll. Da hinten ist ein Schalter, aber wie kriege ich das da gewendet? Muss ich von da oben runterspringen und von da oben... Wartet mal. Von da oben... Das ist ja das, wo ich da nicht langkomme. Moment. Kann ich drehen? Okay. Kann ich hier auch unter Wasser drehen? Aha. Okay. Ah, ich stelle gerade fest, ich hätte auch gar nicht von hier oben runterspringen können. Da oben ist wieder ein Schalter. Komme ich an den da ran? Ne, da kommen wir nicht ran, oder? An den komme ich nicht ran. Moment, halt. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Warte mal. Da schlank er nicht scheinbar durch. Oh, hi. Kommt so. Wollte nicht mit dir kuscheln. Hier ist eine Truhe. 20 Rubin. Oh yeah. Hm. Komm ich aber hier auch nicht lang. Aber warte mal, komme ich da hin? Okay. Das funktioniert. Kann ich da vielleicht woanders aufklangen? Du siehst mich nicht. Der ist weg. Da. Oh, dann kann ich wieder ein Lied spielen. Oh, dann kann ich wieder ein Lied spielen. Zack, zack. Zack, zack, zack. Wieder etwas. Äh. Hilfe. 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 Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bomben. Und die Farbgrund. Hier kann ich runter. Ich bin gerade so ein bisschen wieder am Straucheln, aber... Ich glaube, ich darf da rüber. Ich glaube, ich darf das. Oh. Ja. Okay. Komm ich da oben rauf? Nicht so aus, als ob ich da oben raufkomme, ne? Okay. Da vorne ist ne Spinne. Die krieg ich so jedenfalls definitiv nicht. Das heißt, die mache ich erstmal so. Oh, das ist ne Klauer. So, nehmen wir mal mit. Ansonsten ist hier weiter nix. Das heißt, dann brauche ich wieder das. Ah, halt. Okay. So sind wir am Start. So, dann drehen wir uns. Hm. Okay, das muss ich jetzt erstmal verstehen. So. Nein, ein bisschen mehr nach rechts. Ja. Ah, blöde Pflanze. Und da passiert jetzt was? Da fließt jetzt das ganze Wasser nach unten. Ihr wollt doch nicht, dass ich da reinspringe, oder? Na gut, dann springen wir da rein. Okay. So, dann hier hoch. Da machen wir es jetzt so voll. Da würde ich jetzt so, glaube ich, nicht rüberkommen. Kriegen wir einfach mal da durch. Nummer eins. Nummer zwei. Trotzdem, Nummer drei auch noch. Aber gut zu wissen, dass die das Ganze auch umdrehen können. Das ist nice to know, man. Nice to know. So. Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Pizza. Ernsthaft? Jetzt müssen wir denen schon die Schlüssel klauen. Ja, ärger du dich mal. Wie stark Link ist, ey. Hammer. Das sieht gefährlich aus. Das sieht aus wie der Schlüssel zum Boss. So, der ist erledigt. Diese dunkle Essenz von denen immer finde ich ganz interessant. Irgendwas zu bedeuten hat. Oh. Suck me, baby. Suck me. Ähm. Okay, hier kann ich auch dann wieder irgendwie anscheinend was indrehen. Wo bin ich denn? Da muss ich scheinbar hin. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Ach, da bin ich jetzt. Ah. Okay. Gucken wir erst mal hier weiter. So. Okay. Damit haben wir das schon mal auf. Da komme ich nicht rüber. Da komme ich nicht rüber. Da käme ich lang. Und da muss ich... So komme ich da nicht hin. Da komme ich gar nicht rüber. Schauen wir mal, ob wir hier noch was haben. So käme ich da rauf. Das wäre eine Idee. Okay. Die Biene immer her. Okay. Jetzt da. Ui. Der hoch. Damit komme ich dann da lang. Ja. Es macht langsam alles Sinn. Uah. Hier hatte ich aber was festgestellt. Hier kann ich ja drehen. Aber für was? Hier kann ich tauchen. Okay. Hier kann ich mal ganz schön dicke Luft. Ja moin. Jetzt bin ich hier. Hier gibt es sauviele Herzen. Das heißt also normalerweise anscheinend, äh, macht man das mit weniger Herzen. Ja. Okay, steigt das Wasser jetzt oder sinkt das Wasser? Ja, äh, klar. Ich weiß noch nicht. Ja, ich muss mich auf der Seite sehen. drehen wir das springen da rüber spring da rüber und rennen dann jetzt rauf aber hier lang ernsthaft jetzt bin ich hier oben blöder vogel so hier komme ich jetzt runter da gehe ich aber auf nummer sicher der da weg ist komme ich auch auf der anderen seite runter nein komme ich nicht also ich komme nur hier runter hier könnte ich auch so einfach runterspringen da oben hin bleib hier jetzt eine truhe mit 20 rubin dafür der aufriss darf ich das ich hätte sich gedacht dass ich das erschaffe haben wir das lieber langsam und da kommt und nach links nein genau ziehen was passiert jetzt okay jetzt kommen wir da hoch ja das ding senkt sich ab da kommen wir da jetzt rüber da komme ich da hoch ich muss immer noch mal irgendwie versuchen da ranzukommen wow ich habe es geschafft okay dann nochmal die andere seite würde ich mich einfach nur drehen na komm hoch na komm hoch das gibt es nicht das gibt es nicht ich komme da nicht hoch ernsthaft und rauf da dann würde ich sagen gehen wir hier lang weil das ding hat sich ja jetzt abgesenkt genau ist der hier wenn ich das aufmache Wasser fluten oder auch nicht zombies so okay der ist auch weg okay wow noch mal ein Schattenkristall erhalten dieser äußerst seltene Kristallbehinder durch die konzentrierte Brusthaftigkeit eines Monsters in kristallisierter Form Mensch bald haben wir von allen etwas gefunden ok so okay jetzt weiter weiter okay ist und das hier 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 Da kann ich jetzt wieder zeichnen. Ich gucke mal, was passiert bei dem Dreieckzeichner. Toll. Gibt es drei Herzen. Triff in den Augen verborgene Gebeelen. Der Mund schließt sich. Der Fluss wird gestoppt. Äh. Nein! Äh, ja. Ich weiß nicht, ob das geht. Gibt es das Wasser durch? Nee. Das funktioniert auch schon mal nicht. Ich glaube, das funktioniert auch nicht. Von da komme ich aber auch nicht ran. Ich glaube, das muss ich hier machen. Irgendwas muss ich hier machen. Der Wasserfluss wird gestoppt. Ich gucke mal, ob ich so lang darf. Nope. Ich weiß echt nicht, ob das reicht. Okay. Das reicht wirklich. Und damit kann ich dann jetzt... Die Bombe mitnehmen. Ich könnte dann hier das da platt machen. Hoffe ich. Ja, genau das soll ich machen. So. Dann. Äh. Gehen wir jetzt hier lang. Hier lang. Hier lang. Und... Nein! Daher kommen. Hier in den Hohen. Okay. 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 So, und da ran. Darf ich da ganz hoch? Nope. Ich glaube, das ist mir noch zu schnell. Ich glaube, ich muss hier lang. Ach, an den Ketten darf ich mich nicht festhalten, die da an die Wand geklatscht sind und aussehen, als ob sie 3D wären. Okay. Schön, jetzt dreht es sich immer andersrum. Das macht es natürlich gleich noch viel einfacher. Ja gut, macht es auch, aber egal. Die sehen als Zombies irgendwie aus wie so kleine Schlümpfe. Wenn wir mal ehrlich sind. Ihrer Knüppelnase. Nur halt in Lilla. Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt hab ich da hoch. Ich muss das Ganze wieder umdrehen. Hm. Okay. Nun verstehe ich es. Ich weiß noch nicht, wo ich jetzt hin muss, aber ich würde mal sagen, da. Weg. Kusch dich. Dürfte ich jetzt mal da hoch gucken? Danke. Da ist ja noch einer. Sorry. Also mal ganz im Ernst. Das sieht doch definitiv aus wie eine Falle. Okay, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Mhm. Link. Es ist eine Falle. Da ist ja noch eine Falle. Da ist ja noch eine Falle. Da ist doch. Ja. Komm. Ich muss hier echt hochkrabbeln und hoffen, dass der Mini nochmal erwischt und ansonsten wieder schütteln. Okay. 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 Bewege die Statue zurück und kletter am Seil wieder in die Tiefe. Dort findest du dann den benötigten Schlüssel. Bewege die Statue zurück. Dann würde ich sagen, machen wir das mit dem Zurückbewegen der Statue und allen drum und dran in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trohort Rhein. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020